Und los geht's, Jungs! Man, ich bin Captain Holt vom Fire Department. Wir helfen Ihnen. Los, los doch! Nein, nein, nein! Ja, die Zeitung rief zweimal an für ein Interview. Für alle scheinlich ein Held zu sein, nur nicht für meine Frau. Du rennst in ein brennendes Gebäude und rettest Leute, die du nicht mal kennst? Aber deine eigene Ehe lässt du einfach abfackeln. Katharine und ich liebten uns, als wir geheiratet haben. Aber heute haben wir uns auseinandergelebt. Es funktioniert nicht mehr. Ein richtiger Mann muss ein Held sein für seine Frau. Oder er ist kein richtiger Mann. Sicher weinen sie sich irgendwo aus. Ich sehe die Mädels schon alle weinen in einer verdammten Gruppenumarmung. Alles, Miranda, ruhige dich sehr. Alles, was du für eine Ehe brauchst, ist Romantik. Und die kommt von hier. Mann, das lässt sich leicht sagen, aber du warst nie verheiratet. Das war's, Dad. Ich kann so nichts weitermachen. Ich möchte, dass du mit der Scheidung noch 40 Tage wartest. Ich werde dir etwas schicken, mein Junge. Gehe es Tag für Tag durch und schau mal, was passiert. Jeden Tag wird eine Idee, wie ich sie behandeln soll, hinzugefügt. Weißt du was? Fahr richtig auf. Die letzten vier Tage hat er Kaffee gekocht, mir diese erbärmlichen Blumen gekauft und jetzt gerade rief er an und fragte, wie es mir geht. In der jetzigen Situation interessiert sie das nicht. Na, dein Plan funktioniert einfach nicht. Du kannst sie nicht lieben, weil du ihr nicht geben kannst, was du nicht hast. Und bitte Gott, dich zu lehren. Folge nicht allein deinem Herzen, denn es kann dich täuschen. Aber du kannst dein Herz leiten. Ketten, komm raus! Das Dach wird jeden wo nicht runterkommen. Fireproof. Gib deinen Partner nicht auf.